Und du schmeißt mit Fässern rum. Spooky. Spooky. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist mir jetzt zu spooky. Du hast nur noch einen Gegner. Das schaffst du ja wohl grad noch so, oder? Hier, nimm das. Ich hab dich mit nem Reifen getötet. Was? Meine Waffe hat auch gesponnen. Geil. Ich konnte nicht schießen und nicht nachladen. Ich hab ihn mit nem Reifen getötet. Das ist mal ne Premiere. Auf den Fass nicht. Das ist so das Spiel. Wenn du grad auf dem Fass rumgelaufen bist. Und der, der den Hidden natürlich killt, der wird dann der nächste Hidden. Double kill. Spooky. Ja, warte. Ah, hier ist dein Light. Okay. Geh weg. Nein. Komm doch. Nimm das. Nimm das Fass. Nimm das Fass. Nimm das Fass. Nimm das Fass. Wie wirft man eigentlich Fass? Wenn du mal überfallen wirst. Dann gibst du dem Typen auch deine Freundin zuerst, ne? Ja, klar. Das Fass. Das Fass. Mein Freund, das Fass ist tot. Also ein, warte mal, Müh steht doch für Mikro, oder? Ach, nee. Doch. Ist doch so. Nö, stimmt doch gar nicht. Doch. Müh ist irgendein griechischer Buchstabe und wenn du den für irgendwas dran haust, dann ist das Mikro. Mir doch egal. Deshalb würde das sogar wenig bedeuten. Nimm das Fass. Was? Verdient. Wenn du keine Physik lernst, ne? Dann passiert sowas mit dir. Antti? Du hast braune Haare und ein Headset. Geil. Ich bin hinter dir. Fuck. Das war so nicht geplant. Breit, wenn ihr ihn seht. Ganz laut. Ah, da ist er. Ah. Ah. Wieso schreie ich eigentlich? Ja. Ich freue mich auf. Der ist in Großraum. Oh. Oh. Was zum Teufel. I would catch a grenade fire. Fuck. Aus der Granate. Geilo. Oh. 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 Alter. Der ist irgendwo oben und ich hab... Das war jetzt gruselig. Oben. Call out. Oben. Oh. Alter. Nein. Oh. Einfach random schießen. What? Nein. Da ich... Nein, nein. Nein, da geht sie raus. Ist er fast nicht? Ah. Oh, Mann. Ich sah nur diesen... Diesen Hitzeschweif, wie er vergeblich versucht hat, den Ausgang zu sehen. Oh, Mann. Oh, Mann. Der Antti, der ist bestimmt auch so ein gemeiner Typ mit Pickstick und so. Was? Ja, das ist echt unfair. Lass das mal. Fatou, du Heuchler. Du falsche Schlange. Du, you fall slang. Pfff. Antti, du brauchst gar nichts sagen, du bist gerade nackt. Bastard. Hallo, ich hab ne Augenbinde. Das reicht ja wohl, oder? Ist das nicht sozial akzeptiert? Nein! Oh, weil ich meine Wache behindert hin und her wechsel. Fatou tot? Ja. Und ich nähre mich an deiner Leiche. So ist der Antti, man eigentlich so blöd und kann das nicht einstellen, dass man das sieht. Fatou, wo bist du? Ich möchte gerne das Leichennähren unterbrechen. Ähm, in der Ecke. Ich glaub, es ist zu spät. Ach, in der Ecke. Oh. Ja, dann. In der Ecke. Aha. Fickstick, Mann. Fickstick, Mann. Wieso mögen uns hier eigentlich alle Pickstick? Andy, stell das mal bitte aus. Kenny, ich weiß nicht, wie das geht. Das ist doch. Ja. 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 disappearing. Ja. 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 Ja, die�� bingw님.